Da ist ja bloß ein Lied und tanzen, da ist ja bloß ein Lied und tanzen. Mit PlattSounds findet am 11. November 2023 im Zollhaus in Leer der wichtigste plattdeutsche Band-Contest statt. PlattSounds ist ein Wettbewerb für junge Musikerinnen und Musiker im Alter von 15 bis 30 Jahren, die sich mit einem selbst komponierten plattdeutschen Lied bewerben können. Grundidee war es, junge Menschen dort mit Plattdeutsch in Kontakt zu bringen, wo sie zu Hause sind, nämlich in der Musik. Der erste Preis bei PlattSounds winnt 1000 Euro, der zweite Preis sind 600 Euro und der da der Preis sind 300 Euro. Vor dem gibt es gut ein Online-Voting, wo der Lüge kieken, was für ein Lädter am besten gefallen hat. Der Publikumspreis kriegt 300 Euro. Im großen Finale ermittelt eine fachkundige Jury die Gewinnerinnen und Gewinner. Sie besteht aus prominenten Persönlichkeiten aus Funk, Fernsehen und dem Musikbereich, die alle plattdeutsch sprechen oder verstehen können. Bewerben kann man sich bei PlattSounds unter www.plattsounds.de mit einem Demo von seinem eigenen Song und einem Bild. Wer aber nicht zurechtkommt auf der Homepage, kann sich auch gerne im Plattdeutsch-Büro der Ostfriesischen Landschaft melden. Bei dem Wettbewerb sind alle Musikrichtungen willkommen. Die Bewerbungsfrist für Bands läuft bis zum 17. September. Wer Hilfe braucht beim Übersetzen, kann sich an den zuständigen Landschaftsverband oder seine zuständige Landschaft wenden. Da wird man entweder vermittelt oder es wird direkt geholfen. Bewerbt euch jetzt, bewahrt Janu für PlattSounds, Trey, Dosen, Dreh und Schwindig. Du bist nachts so still.